Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das Spiel, gleichzeitig die letzte Partie unseres Cheftrainers Steffen Baumgart, endete hier mit 2 zu 4. Wir gratulieren unseren Gästen und geben das Wort zunächst an den Gästetrainer Stefan Leitl. Bitte ihr Kommentar zum Spiel. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, ich kann eigentlich mit den gleichen Worten beginnen wie in der Hinrunde. Das Spiel hat heute auch wieder alles gehalten, was es im Vorfeld auch versprochen hat. Ich glaube, insgesamt eine Werbung wieder für die zweite Liga gemacht. Beide Mannschaften ein offener Schlagabtausch. Ja, beide Philosophien hat man deutlich erkannt. War sehr, sehr emotional wie immer. Kompliment an meine Jungs zum Sieg. Ja, wir haben jetzt einen großen Schritt gemacht. Wir haben uns zwei Bonusspiele erarbeitet, aber so wie ich es schon gesagt habe, vor der Partie auch. Wir wollen nicht nur den dritten Platz, sondern wir wollen auch weiter Jäger sein. Und ja, jetzt haben wir ein Endspiel zu Hause gegen Düsseldorf und da wollen wir noch mal alles mobilisieren, um noch den direkten Aufstieg zu schaffen. Mehr habe ich heute nicht zu sagen, außer an Baumi natürlich viel Erfolg für das letzte Spiel und dann natürlich bei deiner neuen Aufgabe. Alles Gute und ja, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, gegen dich anzutreten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Leitl. Steffen, kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Für dich das letzte Heimspiel. Ich starte gleich direkt mit der Frage von Frank Beinecke auch. Wie emotional war es für dich heute? Erstmal möchte ich Kreuter Fürth gratulieren zu dem Sieg. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gesehen. Dass das für mich heute emotional ist, ich glaube, das muss ich keinem sagen. Dass mir in unserem kleinen Stadion die Zuschauer fehlen, das muss ich keinem betonen. Ich glaube, das wäre dann ja nochmal die Krönung gewesen. Aber ich kann mich einfach nur erstmal, und damit fangen wir an, für das schöne gute Spiel erinnern. Ich glaube, es war ein Spiel, was wir viel und oft gesehen haben hier. Ging hin und her. Haben alles rausgehauen, was geht. Haben aber auch, und das muss man auch sagen, Fehler gemacht. Und deswegen ist es einfach so, dass wir eben noch nicht so weit sind, ganz oben mit dabei zu sein. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wie meine Jungs auch weiterarbeiten, weitermachen. Ja, ich glaube, das hat die... Das haben sie in den ganzen vier Jahren und dafür möchte ich mich bedanken. Auch wenn das Ergebnis heute vielleicht für uns nicht so gut ist. Ich wünsche Kreuter Fürth alles Gute. Gerade auch jetzt für die letzten Spiele. Jetzt hat man sich das Endspiel erarbeitet. Und jetzt, ja, wie soll man sagen, Tür ist auf. Jetzt einfach durchgehen. Wie gesagt, danke für alles. Ja, Steffen, vielen Dank. Wir sind heute ja ein Stück weit eingeschränkt, weil wir uns an die 10-Minuten-Regel halten wollen und müssen. Trotzdem möchte ich Kathi Tonsch von den Nürnberger Nachrichten noch drei Fragen erlauben hier. Herr Leitl, was hat Sie heute mehr verrückt gemacht? Die Gegentore oder die vergebenen Chancen Ihres Teams? Mich hat heute gar nichts verrückt gemacht. Es ist einfach ein Spiel, das offen war auf beiden Seiten. Und dass es viele Tormöglichkeiten geben wird, war auch klar. Insgesamt war das auch eine gute, gute Leistung wieder von meiner Mannschaft. Wir haben auch den einen oder anderen Fehler gemacht, aber zugleich ist das auch eine Qualität, die die Paderborner einfach haben. Und da kannst du auch nicht alles wegverteidigen. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es genauso. Letztlich haben wir viermal getroffen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt 66 Tore geschossen. Ich habe das ja auch schon mehrmals beantwortet. Wir haben den besten oder mit den besten Sturm und die Abwehr ist auch nicht ganz so schlecht, sonst wird man auch nicht auf dem dritten Platz stehen. Deswegen einfach Kompliment an die Jungs. Absolute Willensleistung gegen starken Gegner heute verdient gewonnen. Dann haben wir ja kurz vor der Pause eine Doppelverletzung erlebt. Da geht die zweite Frage hin. Wie geht es Maxi Bauer? Ja, aktuell ganz gut, aber wir werden jetzt die nächsten Tage natürlich genauer beobachten. Ich hoffe natürlich, dass er uns dann gegen Düsseldorf auch zur Verfügung steht. Abschließend noch eine Frage zur Ausgangslage für Ihre Mannschaft. Haben Sie Ihr Team auf der Bank die Ergebnisse der anderen Partien verfolgt und wie bewerten Sie nun die Situation vor dem letzten Spieltag? Nein, wir haben es nicht verfolgt, weil unsere ganze Aufmerksamkeit dem Spiel galt. Die Ausgangslage habe ich gesagt. Wir wollen jetzt direkt aufsteigen. Das bedeutet, wir brauchen ein Ergebnis. Wir brauchen drei Punkte und ich bin davon überzeugt, wenn wir unser Heimspiel gewinnen, dann werden wir auch aufsteigen. Direkt. Ja, vielen Dank, Herr Leitl. Vielen Dank auch an die beteiligten Journalisten für die Fragen. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimfahrt und einen erfolgreichen Abschluss der Saison. Steffen von unserer Seite an dieser Stelle bei der letzten Pressekonferenz zu einem Heimspiel ebenfalls herzlichen Dank für die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit und für den besonderen Spirit, den du auch nach Baderborn getragen hast. Vielen Dank.